ARD Text im Auftrag des ZDF Kann ich da endlich anfangen? Ja, bitte. Hast du es da? Ja, du zahlst auf Minute bei mir. Also je länger du brauchst, desto unbroken bin ich, Alter. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich habe mir gedacht, ich werde mal ein Video machen zu dem Thema, wie habe ich es geschafft, dass mein Po so groß geworden ist. Beziehungsweise, dass er so aussieht, wie er aussieht. Weil ich ständig, wirklich ständig unter meinen Videos das Kommentar bekomme, was ich dafür getan habe, dass er so groß ist und wie ich den explizit trainiere. Deswegen wollte ich euch in diesem Video mal so meine Tipps für den großen Po geben. Zuallererst muss man natürlich sagen, dass ob man jetzt zu einem großen Po neigt oder eben nicht, der Genetik so ein bisschen vorbestimmt ist, aber die Ausrede sollte man nicht nutzen, um sozusagen aufzugeben, seinen Po zu trainieren. Ich trainiere meinen Po jetzt mittlerweile seit ungefähr drei Jahren und habe ich wirklich mehr gemacht als Kniebeugen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr nur Kniebeugen machen müsst, aber es ist sozusagen ein Tipp von mir, wie ich es geschafft habe, sozusagen. Also man braucht keine große Anzahl, keine große Vielfalt an verschiedenen Übungen. Versucht euch eine Übung auszuwählen, mit ihr zu wachsen, euch zu steigern und dort stärker zu werden. Die Kniebeuge ist einfach die natürlichste Bewegung, die es gibt, um den Po zu trainieren, weil ihr setzt euch hin und ihr steht wieder auf. Es gibt keine Übung, kein Gerät, wo das ersetzen kann. Wenn ihr Fragen zu Kniebeugen habt, zur Ausführung, Technik, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Dann werde ich da explizit mal ein Video dazu machen, wo ich wirklich auf jeden einzelnen Schritt eingehe. Also nicht vergessen, auch hochgeben. Dann werden wir das im nächsten Video behandeln. Ich werde jetzt in diesem Video ein bisschen den Fokus auf die Kniebeuge legen, weil es einfach bei mir und meinen Kunden wirklich optimal funktioniert hat. Aber wie gesagt, sucht euch eure Übungen aus, die bei euch funktioniert, die euch Spaß macht, steigert euch mit ihr, werdet ihr stark und dann werdet ihr den optimalen Reiz setzen, um den Po zum Wachsen zu bringen. Egal für welche Übungen ihr euch entschieden habt, wichtig ist einfach, dass die Intensität stimmt. Weil wenn ihr draußen joggen geht und eine ausdauernde Belastung habt, dann werdet ihr es nie schaffen, den Po zum Wachsen zu bringen. Weil generell einfach, um ein Wachstum zu erzielen, muss die Belastung ungefähr in einem Bereich sein von 10 bis 15 Wiederholungen, mal ganz grob gesagt. Und wenn ihr joggt, dann seid ihr da weit drüber. Natürlich kann man auch ein bisschen Vielfalt reinbringen, mal Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen, ein paar Wiederholungen mehr machen. Aber im Grunde genommen ist es einfach wichtig, sich auf eine Übung zu konzentrieren. Nicht in verschiedenen Übungen okay zu sein, sondern eine Übung wirklich perfekt mit der Zeit zu beherrschen und dann wieder stärker zu werden. Wenn ihr Anfänger seid, euren Po trainieren wollt, dann müsst ihr natürlich nicht direkt die Kniebeugen mit so viel Gewicht machen, wie ich sie mache. Das reicht manchmal schon, wenn man die Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht macht, wenn ihr ein Widerstandsband dazu nehmt, um das Ganze nochmal zu erschweren oder eben dann im nächsten Schritt das Ganze mit der Langhantel mit Zusatzgewicht macht. Wichtig ist im Endeffekt einfach nur, dass die Intensität stimmt und wenn ihr eben nicht so weit fortgeschritten seid, habt ihr die Intensität eben auch mit dem eigenen Körpergewicht oder mit so einem Resistance Band. Ich kann euch diese Bänder nicht nur für das Beintraining oder Potraining empfehlen, man kann einfach jeden einzelnen Muskel mit diesen Bändern trainieren. Ich mache das oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, nicht den Weg ins Fitnessstudio schaffe, einfach keine Zeit habe, dass ich dann einfach im Hotelzimmer oder unterwegs einfach mit diesen Bändern trainiere. Also wenn ihr Lust habt, dass ich euch mal ein Video dazu mache, wie man mit diesen Bändern trainiert, wie man Zeit sparen kann, wie man sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio sparen kann, trotzdem noch intensiv trainieren kann, dann hinterlasse mir einen Daumen hoch, dann weißt du Bescheid und mache euch ein Video dazu. Meins ist mittlerweile schon ein bisschen dreckig, weil ich es jetzt gerade in Berlin, wo ich die Woche war, mega oft genutzt habe und auch generell oft draußen damit war. Also es ist echt eine Top-Sache. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung mal einen Link reingepackt, wo ihr sehen könnt, wo ihr dieses Band in verschiedenen Variationen, verschiedenen Widerständen für Anfänger bis Fortgeschrittene findet. Also wenn ihr wollt, schaut unbedingt da vorbei. Also für mich ist es mittlerweile wirklich unerlässlich und ich muss immer in meiner Gym-Bag oder allgemein in meinem Koffer, wenn ich reiße, hier vorhanden sein. Eine wichtige Sache generell zum Training habe ich noch für euch, und zwar fangt nicht an, jetzt wo es Richtung Sommer geht, jetzt wo der Arsch wirklich so langsam wachsen muss, den Po jeden Tag zu trainieren. Weil wenn ihr das macht, dann kommt ihr schnell ins Übertraining, ihr überschrapaziert eure Muskulatur, ihr werdet nicht genug Regeneration haben und euer Po wird unter Umständen sogar schrumpfen. Also Tatsache, wenn man Muskeln viel zu oft trainiert in der Woche, wird der nicht wachsen. Das war jetzt der Punkt Training, aber was mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, ist der Punkt Ernährung. Weil wenn ihr eurer Po-Muskulatur, eurer Beinmuskulatur keine Nährstoffe liefert, dann hat der Muskel einfach auch keinen Grund zu wachsen, weil er nicht genug Nährstoffe bekommt. Also wichtig für euch, auf jeden Fall genug Essen. In der Diät werdet ihr kaum Po-Wachstum erzielen können. Ausreichend Proteine zuführen, das Doppelte an Körpergericht in Form von Protein, sprich ich wege 80 Kilo, ich esse 160 Gramm Protein. So viel zur Theorie, die Umsetzung ist natürlich eine ganz andere Sache. Eine Sache möchte ich euch noch auf den Weg geben. Versucht das, was ich euch gesagt habe, alles natürlich umzusetzen, aber eurem Körper auch viel Zeit zu geben. Weil innerhalb von ein paar Wochen wächst kein Muskel. Das müsst ihr einfach realisieren. Gebt eurem Körper Zeit, es ist ein langfristiger Prozess. Denkt vielleicht auch nicht nur an diesen Sommer, sondern an die ganzen Sommer, die jetzt noch in eurem Leben folgen werden. Wie gesagt, wollt ihr ein Video zur Ausführung von den Kniebeugen? Wollt ihr ein Video zur Ausführung an diesen Resistance Bändern? Dann hinterlasst mir einen Daumen hoch und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Massen wir Leute, ciao!